Rast. Rast kann hart sein. Viele Gruppen versuchen dich dann zu treffen, wenn du es am wenigsten erwartest. Dann, wenn du ungeschützt bist. Wenn du nicht genug aufpasst. Oder sehr verletzlich bist. Darum schließen sich viele Spieler zusammen, formen eine Gruppe und machen aus dem Gejagten den Jäger. Aber in dieser Geschichte sind wir nicht die Schafe, sondern die Wölfe. Also, lehnt euch zurück, holt euch einen Kaffee und viel Spaß in diesem Movie. Und wie beginnt unsere Rast-Story nun? Naja, wie jede gute Rast-Story. Nackt. Am Strand. Und damit einen wunderschönen guten Tag, Ladies und Gentlemen, zu einem neuen Stream-Video. Heute gehen wir rein zu 6. Ich habe einige Leute mit am Start. Ich freue mich auf Joel, Eevee, Cookie kommt auch wieder mit dazu. So wie zwei neue, Toxic und Yuri. Wir spielen heute das erste Mal zu 6. Und ich habe mega Bock. Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, denkt natürlich an euren Daumen. Und an mehr will ich euch gar nicht erinnern. Let's go! Und damit auch ein herzliches Willkommen von mir, der Stimme aus dem Hintergrund. Diesen Vibe waren wir ein sehr großes Team. Nämlich zu 6. Es sollte ein actionreicher Vibe werden und ich ging mit voller Vorfreude ran. Wir wollten uns alle in Bände treffen. Also machte ich mich schon mal auf den Weg. Dort traf ich auch Eevee. Hey, man, man, hey, hey, man. Nachdem wir unsere Grundressourcen etwas recycelten, fing ich an, für alle Bags zu legen. Denn wir wollten die ganze Sache ein bisschen beschleunigen. Ey, an dem Bauspot wird nur rumgeballert mit Tommys. Ich schwarz. Oh, Alter, bam. Ich habe einen, ich habe einen Bau. Oh, bist du hier? Okay, okay, hier, komm. Ich habe 207 Kloff. Wir sind so. So, erstmal Eeveen back. Irgendeine Tommys-Falte mit irgendwas. Ich bin am überlegen, ob ich mir das anschaue. Ich bin loaded. Also, was heißt loaded? Du spielst auf jeden Fall. Wow, wow, er schießt auf mich. Ich gehe zurück und schießt. I'm gone. Auf dich? Wo sitzt du denn? Am Roof? Keine Ahnung. Nee, irgendwo unten. Jetzt kommt der Yoka-Play. Fühlst du ihn auch? Ja, ja, die sind da. Es ist pitch black. Die stehen vorne am Base. Oh, nee, der ist am Roof. Okay, ich glaube, ich will den Play doch nicht mehr. Äh. Blatt, er zieht mich? Ich bin aufgestanden. Also, F-17 war das, gell? Never mind, still two doors left. Nee, war das. Wie, wie hat er den Yoka-Schuss überlebt? Achso, scheiße, sorry. Oh, ich bin dead. Während ich mit meinem Yoka-Play kläglich versagt, hatte Toxic in der Zwischenzeit mehr Glück. Er konnte mit seinem Yoka-Play ein bisschen was abziehen. Das wollten wir jetzt aufteilen. Und zurück zu den Tommy Guys. Ich will dann warten. Warte, dann. Du hast S.A., oder? Nee, ich hab Pistole und zwei Yokas. Ich hab jetzt noch. Ich hab jetzt noch zwei Molotows. Und einen Bogen, ein Knochenmesser, zwei Yokas und eine Semi habe ich. Doch, gib mal zwei, drei Größe. Also eine P2. Eine P2, genau. Ja, okay. Dann lass, ähm, wollen wir den Play probieren oder wollen wir nicht probieren? Ja, das ist diese Base, diese 2x1, wo Honey kommt. Da hocken die drin. Ab und zu ist mal einer am Roof. Über die Bäume kommen wir ziemlich gut ran, wo ich bin. Statt? Ja, warte, ich geh gerade über die Seite. Ich flanke hier von links, okay? Jo. Er ist nicht mehr Roof, er ist nicht mehr Roof. Doch, er geht wieder Roof. Er hat nur Wolf-Headress. Roof hat Wolf. Zu euch, der hat eine Knarre. Ich hab einen mit Slug getroffen, ich musste. Headshot, Roof. Slug. Frank, ich push links. Oh, da warte, warte, ich bin hinter dem Baum. Er ist rein, er ist rein. Ich bin ganz auf der anderen Seite. Ja, ich hab ihn nur Headshot, ich hab noch ein paar Schuss. Was wollen wir machen? Wollen wir deren Base campen oder? Das ist, finde ich, ihre Base, die Raidener. Die Link ist. Ja. Der mit dem... Er pusht immer Roof, wenn du mit Pitou noch ein bisschen mittelst, dann kriegen wir... R nicht, ich lebe. Hast du meine DB? Achtung, pass auf, der mit H, M, LMG hat eine coole Sicht auf mich. Ich finde die scheiß DB nicht. Oh, warte, da kann ich glaube ich... Ah, hab's, 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 hab's. Da kann ich jetzt nicht hängen, ja, kann ich jetzt nicht hängen. Ich hab ihn getötet sogar vorhin. Ich hab ihn killed. Vorne dran, Leute. Vorne dran. Kitted oder naked? Nee, nee, ich hab mir sehen. Der ist vom Dach her vorne. Er ist draußen, er ist vorne. Werden wir auf den Roof gehen? Nein, er ist vorne noch. Werden wir da hin, Slug? David, nimm das mal, David, nimm das mal. Ich hab die Muniz... Innen ran, innen ran. Hab ihn nochmal, Slug? Ist noch, ist noch, glaube ich. Renn ran, ich renne, ich renne. Ja, ich renne ab. Ich renne, ihr, ihr habt. Ich kann von der Seite nicht hin. Weiter, weg, da, weg, da, pass auf, er nimmt ab von innen, er nimmt ab von innen. Ja. Hab ihn nochmal, Hitschot? Hit, hab ihn, dead, hab ihn, dead. Hinter dir, hinter dir. Hab ihn hit, hab ihn dead. Auf dem Dach ist einer. Ein echt runtergesprungen. Nein, der ist hier vorne jetzt. Er ist vorne dran. Es sind beide dead, nur noch der eine. Mit H-M-M-L-G. Fuck, wer mich in der derzeit hat. Ah, sorry, ich bist du, sorry, sorry. Ja, ja, ja. Jetzt hat er mich von oben. Wie dead. Jetzt hab ich Time auf beiden Bags. Ich hab auch Time auf. Dieser Trial ging leider in die Hose. Aber es gab noch einen Shop auf der Karte. Er verkaufte Tommys und stackweise Munition. Nun entschieden wir uns, diesen Deal einzugehen und es nochmal mit Waffen zu probieren. So, also ich hab jetzt Python und Tommy Kids. Wer will was, kommt her zu mir. Pass auf, über dir steht einer. Ja, ja. Ich seh die ganze Zeit im Kreis geroben, glaubt er die Naked's alle gekillt. Ah, die haben gesielt. Ja, ja, aber vielleicht kommen die nochmal abtransportieren. Wir sind an den Kids interessiert. Oh, das ist richtig gut. Oh, auf, nach, auf, nach, auf, nach. Ja, ist auf dem Dach. Ist dead, ist dead, ist dead. Ist dead, ist dead. Ist dead, ist dead. Ist dead. Aber wir kommen nicht hoch. Einer direkt hier. Und mir einer, und mir einer. Hier, hier, hier. Loot das, loot das. Wo ich hinschieße. Warte, warte, warte. Ich seh's nicht, ich seh's nicht. Oh, ein Grossi. Lootet ihr? Oh, hier ist ein Python irgendwo. Ich hab vor mir, ich hab vor mir. Ja, ja, das sind die Kids. Und weiter vorne ist noch einer am Baum. Warte, ich bin dead. Ich bin dead bei einem fucking Crossi. Digga, ich bin verwirrt, sein Vater. Warte, ich komm. Ich hab das ein Grossi. Egal, der Crossbow fickt uns alle. Ich bin gleich leer. Hab den Naked noch, aber jetzt hab ich noch zwei Kugeln. Und Naked unter dir, unter dir, unter dir. Strom hast du unter dir. Genau, rechter Strom hast du unter dir. Ich hab zwei Kugeln. Also das kann, Leute, kommt schon. Wie soll ich das playen? Sieh vor mir beam ich jetzt. Oh mein Gott. Wir brauchen jetzt einen Plan. Wir machen jetzt eine Base, wir machen jetzt Basics. Wir machen jetzt Basics, los mit dem Spielchen. Ich versuch was wert. Basics vorbei. Es war auch fast gut. Es ging, ihr habt bloß die Leichen nicht gefunden, ne? Ich hab wirklich nichts gesehen. Ich war blind wie ein Fisch gerade. Äh, warte mal. Ich hätte hier, glaube ich... Nääääääää... Ich hätte hier ne Base, die könnte man übernehmen. Ist das ein Vols City? Was ist mit euch heute, ey? Vols City! Ich weiß, wir haben zu zweit gespielt. Wir haben uns kaputt gemacht damit. Wir wollten farm gehen, alle. Wir haben bis zum 5 gezockt oder so. Und dann haben wir irgendwo in uns gesehen. Ist das ein O-Zinne? Ey, die Rechnung hat 48. Lass dich mal gucken. Ja, hab ich doch gesagt. Ne, ich sag das aus Spaß, weißt du. Ja, das Verlangen hatte dir so ein Sperr den Kopf zu rammen. Nein. So, unsere Base heilt sich dann schon jetzt langsam, oder? Oh nein, ich idiot, hätte das mit Pick schreddern können. Ja, hast du es genutzt jetzt? Ich hab's gegessen. Ich hab's gegessen? Same on me, Alter. Ja, ich hab sogar eine Werkzeuge gemacht. So, ich mach Code-Lock. Freunde, Freunde. Ich hab Big Sache gefunden. Was denn? Large Rennes. Boah, das ist wirklich Big. Der lügt doch. Der lügt. Nein, hab ich gefunden. Die stellen jetzt einfach vor die Base, richtig frech. Was wird das jetzt erzählen? Die Furnace Base. Warte mal. Weißt du schon, wer... Ich kann nur... Alles upgrade. Ja. Hab gleich genug für DC. Nachdem wir jetzt die Basics erledigt hatten, wurde es wieder Zeit für ein bisschen Roaming. Ja. Ach vor mir. Ja. Vor mir, vor mir. Warte. Kassin, ich hab deinen Kipp und den Bogen. Einer dead. Jokas. Komm zu mir, komm zu mir. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich bin unterwegs. Evie, komm. Müsst du dead sein. Kassin, ich hab deinen Bogen und deine Jokas. Kurz Ruhe, kurz Ruhe. Ja, ich hab Tommi. Fuck, ich hab sie gedroppt. Ich hab Mads. Aber ich glaub, ich hatte zwei, könnte es sein. Ja, ich hab zwei Tommis. Ich muss... Wer will Tommi? Nachdem dieser Play dann leider auch schief ging, entschieden wir uns, Waffen zu kaufen. Also zurück zu Bandit. Waffen kaufen, researchen und ein paar Craften. Jetzt waren wir endlich auf dem Level angekommen, um auch mit Tüchen zu verpassen. Oh mein Gott. Zwei Full Kids von mir. Hey man, hey man, hey man, hey man. I see you. Er ist hinter mir. Ich hab meinen Loot. Ich bin dead. I see you. I see you. Den Scrapzeug. Lass dich bitte töten. I got you. Da vorne. Cäsar? Ja. Einer dead. Die sind hinter der Bergspitze schon noch. Einer ist full dead. Einer ist full dead. Der Wolfsheim ist full dead. Einer hat zwei Hits, drei Hits. Einer hat ein Hit. Einer ist dead. Einer ist dead. Nur noch einer. Einer ist full dead. Ich glaube, er legt. Ich hab ihn drei Hits gegeben. Warte, wenn er dort liegt, nicht killen. Nicht finischen. Warte, ich glaube, er lebt noch. Ich glaube, er lebt noch. Pass auf. Ah, hier liegt er, hier liegt der Pupel. Lebt er noch, lebt er noch? Ja, ich lass ihn liegen. Ja, ja, pass auf, pass auf, warte. Bro, what the fuck? Hey, man, I see you. I see you. Trash people, guys. Oh, you're so trash, man. You're so trash. Haben wir alle drei? Ich hab einen. Ich hab einen gelootet. Ist der zweite und der dritte? Ich hab auch einen gelootet. Okay. Ich folge euch. Naja, ich seh ihn, er hat mich bestimmt schon gesehen. Was hat er für ein Kid? Er hat sie. Äh, nein, nein. Gate läuft, ja. Er wird da oben sitzen. Ich weiß bloß nicht, wo seine Freunde sind. Ich würde ja am liebsten da oben pushen, aber ich hab keine Tommy oder nichts. Das ist nicht so clever. Doch, ich war gesilenced. Ich war gesilenced. Da sind zwei. Oben sind zwei. Ich bin green. Noch einer, Treppe hoch. Wer ist der Hesse, der hochgeht? Noch einer, die Treppe hoch. Die Treppe hoch. Fühlt er sich. Er ist down. Warte, ich glaub das ist hier. Oben Headshot mit. Tot, tot. Noch einer tot. Zwei tot. Einer noch. Ein Hesse ist nach oben, warte. Warte, ich krieg gleich einen guten Winkel. Ey, ich push die Treppe. Ich push jetzt als schwarzer Hesse mir die Treppe. Ja, warte, lass mich kurz einen Meter nach hinten gehen. Ein Hesse war nach oben. Ich glaub, der war Richtung Gang. Clem, bist du hoch? Wo? Ja, er ist oben. Er hat mich... Ja, er hat silence irgendwas Schnelles. Ich glaub, MP5. Hier war ich drin an der Kiste und hat er geschossen. Er ist oben irgendwo. Er ist nach oben, sag ich doch. Headshot, headshot. Ab ihn. Ab ihn, ab ihn, ab ihn. Können wir einen Back? Ähm, Hesse rausbringen? Hast du meinen Kit gelootet, Trell? Ja, ich hab deinen. Ja, perfekt. Komm ruhig. Alles mit, ich hab ein neues. Ich hab alles. Wie viele Spritzen hast du? Scheiße, scheiße. Okay, let's go. Oh, hat jemand ein Weapon-Flashlight? Ich hab nur eins. Nee, übrig nicht. Nee, dann gehen wir. Komm, wir gehen, wir haben was wir wollen. Sonst, geh runter zu... Okay, ist noch wieder. Ja, lass gehen. Schnell weg. Wo kommen wir hier raus? Hier rüber, kannst du rüberspringen. Guck, da wo das Loch ist. Nicht drunter, nicht drunter. Das geht auch, das geht auch. Alles geht. Außen an der Ball. Er hat einen Hit. Er ist in der Mitte. 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 Ich kann ihn nicht hitten. Noch eine, Tobi, von der Seite. Ich picke, ich picke. Einer von hinten, einer von hinten, einer Richtung Crate. Er ist gepickt. Ich hab kein Weapon-Light. Ich hab's, ich hab's, komm her, komm her. Hier liegt. Ich hab's, ich hab's, danke. Er war Richtung Crate, aber wir sollten ein Stück weggehen. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Habt ihr den eingelotet, den wir hatten? Ja, ich hab's. Haben wir jetzt eingelotet. Wir haben einen. Der steht doch noch! Ey, ihr lebt noch, Jungs! Den haben wir noch nicht geschlüsselt. Ich dachte, ihr habt den! Ich dachte, ihr habt den! Ich bin dead. Da will ich noch mal einen Hit. Er ist da, er ist an meinem Body. An meinem Body! GC tot! Und jawohl! Hab einen, hab einen, hab einen! Einer ist tot. Einer auch hinter der Mauer. Er liegt! Hier ist noch ein Toter. Ich kann ihn nicht loten. Ich kann ihn nicht loten. Es laggt. Es laggt der Server. Server restart. Oh ne. Und hier kam etwas, das wir nicht mit einem berechnet hatten. Der Server restart. In diesem Moment werden alle Spieler vom Server gekickt. Der Server fährt herunter und startet neu. Sobald der Server wieder online ist, können alle neu connecten. Und hier ging es um eins. Schnelligkeit. Gerade wenn andere Spieler in der Nähe sind. Bist du nicht der Erste auf dem Server, bist du tot. Nachdem noch Gegner um uns um waren, war die Sorge riesig, dass wir nicht die schnelleren sind. Ich bin auch tot, ne? Ne. Das ist Sven, der eingelockt ist. Ich schau mich nicht so eine Fackel an. Soll ich die Fackel anmachen? Mach, mach, mach. Ich hab mal gesagt, dass die 5 M2s auf mich schießen. Ja, ist doch wurscht. Ich hab da hin. Warum seid ihr eingelockt? Hab ich noch nicht, hallo? Ich war der Erste, der connected ist und jetzt... Ich hab meine Tommi. Sehr gut. Oha. Ich hab meinen Shit. Was ist das? Vorne an der Woll müsst ihr noch abdeffen. Ich lauf grad hin. Ich hab keine Waffe. Ich geh auch grad hin. Äh, hab meinen Scheiß. Ich hab's ja. Ah, sorry Scheiße, ich hab deine Spritze nicht gesagt. Geil. Ja, Leute, ich lauf nicht. Hallo? Wo lagst du ungefähr? Äh, warte. Oh, ich bin drin. Jetzt bin ich drin. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wir gehen und müssen auch hier liegen. Ob ich es da? Ich hab eigentlich alles wieder. Geil. Ich renne zu meinem Body. Ja, renn zu deinem Body und lass abhauen. Könnt ihr so lange noch deffen? Ja, klar. Da müssen auch noch Gegner gewesen sein. Ja, warte. Ich hab den einen Gegner Body gleich vor mir. Ey, wie kannst du mir vielleicht meine Spritze wiedergeben? Ja, wo bist du? Ich weiß, wo du lagst. Warte mal. Ja, warte. Ich bin da, ich bin da. Ja, guck. Ich bin schon hier. Zwei kann ich dir noch geben, okay? Wo? Ich seh's denn nicht. Da ist auch ein Gegner Body irgendwie. Da war doch ne ganze Reihe. Ja, ich hab mir jetzt zwei reingehauen. Das hier bin ich. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Hast du den Gegner Body? Ja, ich nenne sich voll geht an mich. Dann lass sofort dippen. Hast du alles von ihm? Ich hab Tommy eines da. Knarre hab ich nicht. Ja, Knarre ist wahrscheinlich auf den Boden gefallen. Nochmal Glück gehabt. Wir konnten Gott sei Dank vor dem Server Restart noch alle Gegner killen. Somit waren wir die Ersten, die dort waren. Und natürlich auch die, die mit dem Loot nach Hause gingen. Nachdem das alles positiv für uns verlaufen war, machen wir natürlich weiter mit unseren Rooms. Groove ist dead. Groove ist dead. Groove ist dead. Groove. Dann fällt unten noch der Revo. Der hat, glaub ich, einen geholt. Der looted. Ja. Ich versuch ihn zu holen. Rechts. Naked dead. Ich muss healen. Ich muss healen. Ich muss healen. Ich muss healen. Ab B2 zwei Satchels, der didn't drop. Ja, nicht B2, die Prototype. Ich muss healen. Ich bin absolut worn. Seid ihr das? Boah, er ist hier! Close bei mir! Er ist hier hinter dem Hügel. Er looted mich. Von unten. Von hinten. Von hinter dem Hügel. Er looted noch. Er looted noch. Er ist noch dran an meinem Body. Robin? Naked läuft Richtung Base noch. Und Naked ist gerade Richtung Base. Jetzt ist Van auf. Ja, ja. Er kommt. Er hüpft da rum. Siehst du ihn? Eins. Thanks. Schnee, er sieht. Schnee, er sieht. Kann ich nicht alleine boosten? Ja. Hier war noch ein Kid gerade gelegen. Ich bin in den geloot. Ich hab noch ein HLMG. Ah, Digga. Zwei Stück hab ich. Ich hab... Ja, Digga. Die haben mich von zwei Seiten. Wo, wo? Ich leg unten. Oben auf dem Dach. Dach? Ist das Dach? Ich muss hier hin. Naked doch. Ist das? Ich muss hier hin boosten für mich. Ich hab noch ein Naked. Ja, ja. Bleib stehen. Stell ich hin. Stell ich hin. Anna, stell ich einfach hin. Ich steh schon hier. Seid ihr wo ich bin? Bin oben. Bin oben. Ist zu. Ich hab wieder zu. Hab die Custom von dem. Das geht von dem. Leute, es kommt ein Naked auf euch. So nicht, dass ihr eine Waffe lootet. Ich hab E.V gelootet. Schau mal in meine Richtung. Gelegt noch eine. Ah, hier sind 5000. Keine Ahnung was. Nun wurde es aber langsam richtig spät. Die anderen waren schon off. Und ich und Justin, alias Toxic, farmten noch für die neue Base auf. Denn unsere übernommene war leider nicht ausbaufähig. Nachdem wir dies getan hatten, lockten wir uns auch aus. Und beendeten Tag 1. In der Hoffnung, nicht geofflinet zu sein. Tag 2. Und ich bin in einer aktiven Base aufgewacht. Die Jungs waren schon dran, die Base aufzuziehen. Und somit wusste ich dann auch schon im Vorfeld, dass wir nicht geofflinet wurden. Nachdem das erledigt war, waren wir uns sicher, dass dieser Tag noch sehr actionreich werden wird. Zunächst stand Eurig an. Als wir dort ankamen, mussten wir allerdings feststellen, dass dort ein Big Fight war. Toxic fand sogar noch eine AK. Oh Leute, hier ist eine AK. Ich hab eine AK. Und damit war Eurig natürlich um einiges leichter. Ich hab ihn gehitet. Wer ist jetzt? Hat er ein normales Boot bloß? Noch mal einen Hits? Hat noch einen Hits? Zwei Hits von mir? Drei Hits von mir? Noch einen von mir? Vier Hits, vier Hits. Er ist absolut one. Wir sind beide ins Wasser gesprungen. Er ist wieder oben. Noch mal hin. Da bin ich. Dead. Er ist dead. Kriegt einen Tauchtank mit, wenn ihr noch nicht los seid. Ne, wir sind schon los. Einen hab ich getötet. Einen hab ich getötet. Ich checke. Ich hab den anderen. Ich hab den anderen. Guck mal auf, wie man sagt. Oh, Full Gear, Alter. Oh, L96, Digga. Oh, was? Fetter roter Vogel ist ein Deutscher. Ja. Ja, das ist der. Noch mal Karten. LR, LR hab ich. Olga. Die ist keine Mainwaffe. Da kommt noch ein Boot. Oder noch ein Boot. Noch ein Boot. Da auch er. Da, guck. Da. Hat einen Headshot, ist tot. Mag ihn mal nutzen. Der callt jetzt safe die Hacks. Ich fahr nochmal. Ey, hab das Boot nicht mal hergelassen. Nein, 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 das Boot nicht von dir. Nein, nein, das ist nicht das. Wir haben alles mit dir. Taurer, 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 taurer. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ja, eben, da ist ein Boot. Digga, hast du diesen saftigen Headshot gesehen, Juri? Hm, hm. Ich sag, der würde es sind. Wasser, Wasser! Der ist oben. 1 2 2! Ich bin jetzt Wasser dick, bin jetzt Wasser. Fuck you Cheater Pussies! Wir sind jetzt für alle. Ich weiß nicht, dass ihr erst die M2-Bots erwischt. Aua. Aua. Ich hab ein anderes Deck. Ja, wo bist du? Ja. Hä? Na, ha! Braucht jemand spritzen? Ich hab so viele. Leute, 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 wir haben, guck mal in meinem Stream, schnell ist es in Submarine, ich weiß nicht, guck mal in meinem Stream bitte, ich habe hier gerade... Ich seh es, ja, ich denk schon, ich denk schon, dass man es checkern kann. Ist das offen? Ich seh es, ich seh es. Ich seh es. Ich seh es. Ich seh es. Er ist da drin. Ich kann es nicht checkern. Er schwimmt weg. Das war zu weit. Er ist direkt unter dir. 2 Meter. Unter dir. Ist hier ein Lowgrade drin? Warte mal, hat das hier fuel? Ja. Okay. Das er hat hier, Jungs. Er ist auch tot. Oh, er schießt zu viel, du. Er ist tot, er ist tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das Ding ist weg, aber das Ding ist weg. Alle Boote. Alle Boote weg, oder? Nee, nee, wir haben... Zwei Boote habt ihr noch. Ja, ihr müsst meine Sachen picken. Ist der das? U-Boot ist aber tot. Er ist auch tot. Er ist auch tot. Er liegt da. Nachdem wir das U-Boot Problem gelöst hatten, haben wir uns nach einem Big Recyclerun direkt mit Scurpy gekauft. Einfach um öfter auf Eurig zu kommen, denn es war auf der anderen Seite der Karte. Das ist das Gute ohne das, dass wir den Panzer drauf. Keine Boots? Keine Boots, Leute. Seega krank. Oh, Double AK, Alter, uuuh. Double AK. Boah. Oha. Jetzt 3 AKs. Bäh, waaah. Ey, es liegt an mir, es tut mir leid. Es ist shame on me. Warte mal, wohin geht ihr jetzt? Nach Hause. Oh, Alter. Nice. AK LR. Haviham, Haviham. Egal, Lucas. Das war schön. Aber das wurde jetzt gefixt. Oben rechts. 2 Spieler, 3x3, 3x3, 3x3. 4x4x4x4. Ich. Musst ihn schälen. Ich brauch Deckung, ich stehe oben fehlt. Ja, weg. Er hat gewaalt. Gewaalt. Oh, die Walls will ich. Einer Hit. Also beides sind ein bisschen Hit. Boah. Pushen die ja, ne? Ja, ich hätte gern was. Aber die laufen nach hinten, nach oben. Ich bin sowas von dead. Okay, er ist absolut trash. Und ich bin... Oben, unten. Und direkt vor mir. Osten. Oder? Ja, ist ganz oben los. Einer dead. Einer full dead. Sniper, 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 Sniper. Wo war der? Ich schlug AK. Draußen. Ich hab Leitern. Oh, ich hab... Nein, er ist doch nicht dead. Oh, ich bin low. Ich seh nicht. Ich hab ihn wieder Hit, aber... Oh, er sitzt im Shooting Floor. Er sitzt im Shooting Floor. Können wir weg? Einer ist dead. Vorne close. Los. Digga, ich bin schon wieder Hit. Ich muss erst wieder voll hin, sonst fall ich one shot rum. Hab ihn umgebracht. Sein Kollege, die full Ecke... Hab ich auch. Lass mal weggehen, lass mal weggehen, lass mal weggehen. Einer dead, einer dead. Hast du beide? Ja, ich hab beide. Okay, der war doch closer gerade, oder? Ich hab keinen hier mehr. Ich hab jetzt noch eine Ecke und... Ja, ich hab auch. Ich hab auch. Ich hab mir gebraucht. Das geht. Ne, morgen Nuss. Nur ein... Ah, vor mir drei, drei, drei. Vier. Vier, vier, vier. Direkt vor mir. Hust du aus an der Base. An diese Metall Base, wo wir vorhin um den Loot Drop gefeiert haben. Die gehen hoch. Einer double hit. Einer headshot hit. Es sind vier Leute. Vier Leute. Alter. Nochmal double. Double hit auf dem Dach. Einer dead. Einer dead. Ich glaube, es ist nur noch einer. Rechts, Seite einer, rechts. Noch mal hin, dahinter. Hinten. Hinten. Nochmal. Oh, high stand stonewall. Steinwand. Nice. Ich pushe ran. Ich flanke hier rechts. Hast du einen Leiter für mich? Ja. Gib her. Wo willst du? Hier. Pass auf bei der high stand stonewall. Die wohnen hier, die wohnen hier, die wohnen hier. Garage losgehen. Ja, ich geh hoch. Hast du den bei der Wall? Pass auf, der ist ein Quick. Oder haben die das Ding geradet? Die wollten da selber hin, die wollten da selber gerade reingehen. Warte mal, ich bin auf dem Dach. Habt ihr den hinten, hinter der Wall? Der läuft, der läuft. Double hit. Ich denke, der hatte Boom, sonst wäre er nicht so gedippt, ja? 200. 200 hat es gebummt. Weißt du, ob da irgendwo wir außenrum waren? Hinter uns? Close? Ich weiß auch den Raid. Hä? Es ist so close, ich muss. Ja, ey. Absolut. Der innere Loot-Koplin, ich will deren Knacken. Und ich seh nichts, ich seh nichts. Eins, drei, zwei, vier. Hit. Is that? Aber einer war links close. Einer war links close. Da. Was ist los? Is Headshot hit? Is Headshot hit? Wo? 3,10. 3,10. Hab zwei hinten stehen jetzt scheiße. Ne, 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 ne. Ich bin tot. Nehm mir. Der kommt jetzt. 2,50. Foxy, ich komm zu dir gekrabbelt. 13. Is that? Ich hebe ihn auf, ich hebe ihn auf. Pick mal schnell. Hier war doch noch der eine, habt ihr den? Ich hab einen. Ich hab einen, zwei Hitze gegeben. Drei, zwei, eins. Du bist ab. Kannst nochmal hier Licht machen. Meine Ecke liegt jetzt. Boah, ich bin, ich bin, ich bin dead. Ich bin dead. Full dead, full dead. An meinem Body. Direkt an meinem Body. Ist da einer? Ja, ja. Ich bin full dead. Hier liegt Ramer, Willy. Ich brauche Waffe, ich brauche Waffe. Gib her. Ich hab keine, ich hab keine. Ich bin direkt hinter ihm gleich. Jetzt direkt gleich hinter ihm. Und zwar, er wird mich gleich erschießen. Da hat Siley. Silencer, hier drüben. Hau mich hacken. Hier, jetzt schieß ihn tot. Genau. Perfekt, perfektes Timing. Ist er tot? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat mein Kit das Schwein. Kann mich jemand leuchten? Ah, ja, da liegt. Ah, ja, er hat mein Kit. Hast du deine Knarre? Ja. Ich hab meine Waffe gefunden. Habt ihr hier den... Ich hab den... Das grüne Kit? Nö, die drei. Habt ihr das? Die zwei hab ich umgebrochen. Ah, meine Brustplatte ist gebrochen. Deswegen bin ich so schnell umgefallen. Habt ihr das grüne Kit? Äh, jein. Ich hab... Also grün. Sven, hast du das? Äh, das grüne Kit hab ich an, ja. Okay. Gelegt einer? Ja, warte. Ich mach vier Stashes. Das ist alles cool. Und ein Bag. Das hol ich dann. Boah, ich werde... Ich werde gerichtet tot. Einen hab ich noch. Nicht trefflich. Huh. Einer ist da. Ich hab hier direkt'n weg. Ich hab hier direkt'n weg. Ey, das ist hier. Fuck die, fuck die bei mir. Fuck die bei mir. Fuck die bei mir. Töte die... Töte die... Der loote mich. Hab den anderen? Ja. Beide dat. Beide dat. Okay, nice. Ich geh mich looten. Was ist hier? Ja, warte mal. Einer. Ah, okay. Nicht so. Oh, er hat mich zwei Heels gegeben. Ich muss heilen. Auf der... Auf der Mainbank. Oh. I got beamed. Und... Ja, ja, ja. Okay, er hat mich gesehen. Ich bin dead. Ich komm, ich komm, ich komm. Warte. Ich muss zu scheinen. Ich bin full dead. Er lootet mich. Headshot, er hat ein Headshot. Ah nein, ich hab... Einen hab ich, einen hab ich. Ich glaub ich hab beide, ich hab beide, ich hab beide. Ich hab beide. Alle dead. Nachdem ich in diesem Fight sehr schnell starb, konnten Joel und Toxic die Lage clearen. Wir trafen uns am Fischerdorf. Dort re-equipten wir. Und gingen nochmal dead. Vier Leute, vier Leute. Fünf. Fünf, 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 fünf. Geht auch vor dir. Einer dead, einer dead, einer dead. Links hinter dir. Fünfzig, äh, zehn Meter. Weiter dead. Nein. Tot, tot, tot. Er hat auch mitbekommen. Ich glaub, ich werde gepusht. Nein, wirst du nicht. Ich hab links von dir, ich hab links von dir. Ist auch voll dead. Ich hab links von dir. An dem Stein, nach hinten, da hinten. Ah, einer close, einer close bei mir, close bei mir. Rechts vom Stein, rechts vom Stein. Hab dich, hab dich. Bleib, bleib da, wo du bist, bleib da, wo du bist. Bleib da, wo du bist, bleib da, wo du bist. Bleib da, wo du bist, ich hab dich. Ich hab dich. Okay. Da sind noch zwei übrig und. Einem Stein vor euch da. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Vor uns hat da was raucht. Einer dead. Schön. Zweiter dead. Schön, das war's. Fünf weiter. Let's go. Wo ist das Ding? Oh, ich hab ne Hose. Entschuldigung. Ja, wo ist hinten? Was sind die echte Typen? Ich kann nicht mehr looten. Ich brauch mal einen. Achtung, die kommen raus. Dead. Zweiter good hit. Ah, er hat zumachen können. Und ich hab... Gebe ich schnell mal. Und läuft gerne. Der Straßenlot, den muss ich looten. Ja, natürlich. Er ist halt anders. Anders voll. Dieses andere voll. Nach diesem sehr ausführlichen Roam, inklusive Raid-Counter, stand jetzt erstmal Base-Chillen auf dem Programm. Doch die Ruhe hielt nicht lange an. Denn schon bald darauf hörten wir erneut Boom in the Distance. Jemand da? Ah, loll, war gestummt. Ja, hallo? Hast du einen Boom gehört? Direkt neben der Base? Ja, ja, ja. Ich hab aber keine Money mehr. Egal, wieso. 90 Bullets holt vielleicht. Probier ich den Jump. Nein, oben drauf. Zwei Mann. Einer dead. Was? Einer ist rein. Einer ist rein. Die gehen oben durchs Dach. Einer dead. Zwei Naked auf der anderen Seite. Auf der anderen Base. Haben wir einen Double-Hit? Mach den Jump-Up kaputt, dass die nicht zu den Waffen laufen können. Oh, der steht direkt hinter mir. Einer. Okay. Keine Ahnung. Ich glaub, er hatte keine Gang. Doch, er hatte ne Gang. Keine Ahnung, was seine Mission war. Ich hab die Tommys. Also die Tommys. Er boomt. Wie kommen wir auch? Warte, hier ist ein Leiter. Warte, hier ist ein Leiter. Warte. Oh, ich schmeiß da Molly rein. Schau da Molly. Okay, lass pushen, lass pushen. Bolli ist hier nicht. Molli reinschmeißen? Wir müssen pushen. Ja, pushen oder Molly? Okay. Warte. Da ist der. Da ist der. Oh, sorry. Der ist gestorben. Also hier, der hat sich jetzt schon hingeschmissen. Türen? Das ist ein Online. Die sitzen drin. Warte, ich loote, wenn du mir kurz Deckung gibst. Oh, der hat Full Metal AK. Okay. Oh, klar auf mich. Hatten Hit. Hältst du? Ich probier's. Da war noch. Oh Gott. Jetzt kommen wir aber nicht mehr hoch. Der hat mir den Hatter gegeben. Ey, ich hab keine AK mehr. Meine ist fast kaputt. Kannst du meine gehen? Ja, hier, schau. Aber die ist auch fast kaputt. Da unten liegt noch ein AK-Full-Kit. Ich komm nicht mehr hoch danach. Komm zu uns. Hier ist Big Raid. Hier ist Big Raid. Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Stück. Bleib unten, bleib unten. Bleib unten, bleib unten. Extra ammo auch? Ja. Ich bringe mehr. Das geht jetzt gleich hoch. Keine hat gereicht. Achtung, die kommen, die kommen, die kommen. Pass auf, pass auf. Der hat Headshot? Der ist auch dead, der ist dead. Der ist auch dead, der ist auch dead. Oh, Maschine, du Biest. Hinten einer noch, hinten noch einer. Bring noch ne Leiter mit, bring noch ne Leiter mit bitte. Ich hab hier noch ne Ecke Full-Kit gekillt. Da kommt wieder ein Ecke. Was ist denn los mit meinen Fettfingern? Mach mich damit. Ah, sah, sah, sah. Ich seh nicht. Doch, ich seh. Double Head, Double Head. Er ist sie. Irgendwo durch den Wald. Auf 140. Hab ihn erstmal geflamed, dass er nicht rauskommt. Ja, ja. Oh, ja, sah an mich. Kann ich dir nicht helfen? Bin gleich tot, bin gleich tot. Okay. Come back, come back, come back. Bleib hier unter der Foundation. Ist das Problem? Okay. Ist das? Lebt noch, lebt noch. Oh nein. Oh nein. Oh. Aber ich mach die Tür hier noch auf. Ah Gott. Ah, Tür ist schon kaputt. Okay. Now we have to wait. Er hat sich eingebaut. Ich wart die paar Minuten. Have fun, end of the wipe. Wo war der? Oh Gott, ich bin so dead. Es sind zwei Mann, es sind zwei Mann. Ich komm von Base, ich komm von Base. Die pushen, die pushen. Ey Cadet. Zweiter dead. Hier, hier. Ich hab keine Arbeit. Dritter dead, ich hab drei dead. Drei dead. Warte, dann mach auf. Geh mal hier, geh mal hier. Ich hab nix, ich hab nix, ich hab nix. Ich bin oben drauf. Bau, 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 bau. Hab ihn dead. Okay. Hast du eine Tür? Hast du eine Tür? Ja. Mach hier eine Wand rein, mach hier eine Wand rein. Hier eine Wand rein. Wo ich stehe. Oh shit, oh shit, ich bin oben dead. Ja, ich bin oben dead. Fuck. Ich mach die Tür zu für euch. Ich liege draußen. Ach, da kommt einer hoch. Du hutet mich. Okay, ich mach die Tür wieder auf. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Du kannst dich rein, du kannst dich rein. Er ist dead, er ist dead. Ja, ich bin auch tot. Ich komm. Warte, ich hab ihn weg. Was ist hier drin? Der kann noch Bags haben, ne? Warte mal. Ich hab die Tür auf. Oh Gott, warum treff ich den nicht? Ah, es war nur auf. Er ist weggekrochen. Okay, Tür ist auf. Weg, 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 weg. Pass auf jetzt. Achtung. Ich bin tot. Die Tommy hat mich. Leider ist weg. Leider ist weg. Leider ist weg. Er ist dead, ist dead, Tommy. Ich schlute Base in den Augen. Ja. Wir grubb City hier umgebracht. Keine Ahnung, Mann. Ja gut, ich würde es draußen erstmal abkühlen lassen, bevor wir gegrubbt werden. Ich muss nicht mit jeder AK kämpfen und gucken, dass ich keine kaputt mache. Die haben alles wenig. Ja, mein ist auch was. Wir haben sie nicht gelernt. Nachdem der Fight etwas abklang, transferierten wir den ganzen Loot. Jetzt ging es wieder ein bisschen an die Base. Ich wollte einen Compound setzen. Egal, mach so schräg rein, wenn es geht. Ja, boah. Startless Compound, ey. Scheiße. Alles gut, die Schuld. Ja, man kann auch durch. Man kann auch durch. Oh, du Scheiße. Fuck, mir fehlt, glaube ich, zwei Wars. Early Crafty. Drei, maybe. Ja, Compound ist super. Ah, drei. Geld. Ach du Scheiße. Was ist das für eine Barrikade? Was ist das für eine Barrikade? Was ist das für eine Barrikade? Ja. Ich kann ja keine Wallpläsen. Steil? Ja. Steil. Ähm. Ist ein bisschen blöd jetzt. Warte, ich kann es so machen. Das ist halt jetzt auch wieder so. Ja, dann mach halt so, dann zieh halt so und dann einfach da. Ja. Ich hab noch eine Mini-Barrikade. Warte, vielleicht kann ich noch irgendwas basteln. Ja, meine. Das muss nicht gut ausschauen, Freunde. Das muss funktionieren. Nachdem ich meinen wunderschönen Compound fertiggestellt hatte, ging es weiter auf Oil. Dort passierte allerdings nichts Spannendes. Deswegen skippen wir den Part. Auf dem Rückflug sollten wir allerdings doch noch aufgehalten werden. Äh, ich hab Standbild. Oh nein. Ja, es geht. Es geht. Wir könnten auch... Hat irgendjemand was richtig Gutes? Nee. Wollen wir direkt? Hör mal auf. Ich hab ne Wall. Also ne Gate. Ich würde aber... Ich hätte gesagt, ich könnte mit der Booty auf Dome landen. Jungs. Wir haben... Das ist selte Eis hier gemacht. Hä? Du kannst uns auch rauslassen. Ich glaub, die haben den von Dome gemacht. Ja gut, 60 HQM. Drei Laptops hab ich halt. Aber gut, ich sterb schon nicht. Weil sonst wär ich jetzt auf Dome. Du kannst noch auf Dome. Nee, da sind zwei Leute. Ich kann das so geil. Drei Leute. Kann das so geil snipen. Au. Direkt beim Heli. Nee, doch an der Straße daneben. Ah ja, ich sehn. Ist dead, ist dead, ist dead. Warte, ich place Wall. Kannst du mich ein bisschen abaimen? Also nur ein bisschen ihm beschäftigen? Okay, ich kann nicht Wallen, ich kann nicht Wallen, ich kann nicht Wallen, ich kann nicht Wallen. Nice. Der ist tot. Ich kann nicht Wallen, also... Ich auch nicht, wir sind zu nahe rum. Lass zurück auf Eis hier. Lass zurück auf Eis hier oder hinter den Heli. Wo ist denn der Typ? Ich will ihm seinen Loot. Gefinished, der ist unten bei dem Truck da. Einer, im Doorway, im Doorway. Fortsicht hinter euch naked. Wo hast denn den gekillt, ist der? Unten an dem Truck da. Auf der Straße, auf der Straße. Eine Ecke dead. Glaub ich richtig, guck mal laufe ich richtig. Warte, ja, ja, ja. Im Innendrin. Okay, ich habe den gelootet, ich komme weg. Ich bin da, easy. Wo bist du? Oh, ich sehe ihn, ja. Shots on me, Shots on me. Einer ist genockt. Einer ist genockt. Ich brauche meine ganze Zeit. Der Wahnsinn. Hintertür raus. Hintertür raus. Die schaut nur so aus. Die brennt hier die ganze Zeit schon. Durch die Hintertür. Wir haben es fast. Ich habe eine Rocket C4. Oh, Digger, ist das nervig. Einer ist rechte Seite, kommt von hinten. Ja, ja, ja. Sehe ich von hier nicht. Noch mal Attachments. So, jetzt dürfte der Bühre aus sein. Jetzt dürfte die letzte aus sein. Und was haben wir? Munition. Nehm, 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 nehm. Einen Balldisch. Rennt schon mal los, dann soll ich euch halten. Er hat einen Headshot, ist tot. Doch, ist einer. Ja, der andere ist tot im Shooting Floor. Ja, wir können gehen. Wir können gehen, wir haben alle. Nun wurde es aber langsam spät und ruhig bei uns in der Base. Ich installierte noch etwas Elektronik, um uns für die Nacht zu schützen. Und ich und Joel gingen noch Eurik countern. Ja, schnell. Ja, er kommt. Ja, ja, ein Held. Einer Held. Einer Held, einer Held, einer Bord. Einer tot. Ne, er lädt noch. Achtung, einer ist gleich am Helipad. Einer gleich am Helipad. Ja, ja, ja. Hey, Krandet, Krandet. Hinter mir. Er ist irgendwo in Ordnung oder so. Ich schleiche mich hin, ich schleiche mich hin. Habe ihn, habe ihn, habe ihn. Krandtot, schön. Ich stot, ich stot. Uuuuuh. Uuuuh. Danach machte ich mich zu einem großen Farmrun auf. Aber das brauche ich euch nicht zeigen. Denn hier passiert dir nicht mehr viel. Somit beenden wir Tag 2. Tag 3. Und bevor wir mit Tag 3 starten, muss ich noch mit einer Kleinigkeit aufräumen. Während ich offline war, tauchte ein neues Team auf, welches von sich behauptete, den Server zu kontrollieren. Eigentlich gebe ich auf sowas nichts. Denn es gibt niemals einen Serverkontrolleur. Aber das ist wichtig für die Geschichte. Denn die Truppe taucht auf jeden Fall noch auf. Eine andere Truppe fing an uns zu flamen. Und zwar die Truppe, welche wir öfter counterten. Sie beschuldigten uns des Cheatens und versuchten, diese neue Truppe auf uns zu hetzen. Also stand der Plan fest. Wir raiden. Und zwar die Truppe, die uns für Cheaten callte. Bevor wir aber mit den Vorbereitungen begannen, wurde es erst bei Zeit, sich etwas warm zu spielen. Was ist hiermit? Hier fehlt eine Wall. Das ist jetzt, oder? Das ist weg die Kate. Da war ich gestern schon drin. Oh. Das ist die Kate. Oh, der andere ist auch. Oh, da unten. Na, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe ihn eins. Ja, wir haben uns schon geschossen. Ich nehme ein bisschen ab. Oh, ja. Irgendwann ist Headshot. Ich. Wo soll ich landen? Wir hacken. Oh, wir haben einen Hack gesprayt. Du musst runtergehen. Wir sterben sonst. Ich kann weiter aus euch. Ich habe eine Festgranate. Alter, mein Herz. Ich bin schon tot. Direkt bei euch. Wir haben 100 pro 90 gerät. Dieser Scheiß. Oh, ich bin auch tot, Digga. Digga, Bein. Ich bin nicht straight. Ja, der hat 80 gerät. Der hat 80 gerät. Ich verwende meinen Arsch. Äh, push dich. So, jetzt noch on me. Ich renne um mein Leben. Ja, Digga, ich kriege 1000 Strahlung. Ich bin dead. Ich bin gerade dead. Hier, Klärwerk sind mehrere. Ja, komm, Klärwerk, Klärwerk, Klärwerk. Ich habe eine AK mit. Meiner dead? Ein paar Bullets. Kann ich ihn irgendwie looten? Irgendwie geht das? Weiß ich nicht. Da war noch ein zweiter irgendwo. Die da, die da. Die da war. Er hat ein paar Hitschen noch. Er hat Headshot noch von mir. Ich habe ihn noch Headshot, aber ich bin dead. Ich hätte scheiß 80 Geräten hier aufsetzen sollen. Liegt noch da. Aber die Ecke nicht mehr, oder? Ja, ich kann dir einen Job nicht haben. Ja, gleich, gleich, gleich. Komm, der Puschel. Eine Wall, eine Wall. Also dahinter noch, aber... Ich glaube, es sind mehrere. Einer Double Hit. Ich habe gewollt. Ich loote mein Kit hier, okay? Dass du da drüberläufst. Ich habe deine AK genommen. Ich loote das. Ich bin hinter dir. Das ist aber mein Kit. Auch der eine Base auf dem Dach ist der eine. Wir haben ja einen Klaus. Er läuft ganz links, ganz links Richtung. Der ist dead, einer. Ich bin links von dir. Der ist dead, einer. Hat jemand Muni, hat jemand Muni für AK? Ja, ja, hier. Hinter dir, hinter dir. Einer ist noch close, einer close. Die selbe Klippe. Da ist noch einer. Einer ist noch am Leben. Bin weiter. Ich brauche mich. Haben ihn, haben ihn, haben ihn. Dead. Ich fluche hier, ich fluche hier. Alle dead, alle dead, alle dead, alle dead. Ich brauche Waffe. Ja, hier liegen die, lauter. Joel, bei mir AK, hier. Danke, danke, danke. Ich habe noch eine AK extra. Die haben eure Kit da. Ich habe AK extra, ich habe AK. Komm, komm, hier. Komm, komm, hier. Abbelit. Das ist gut, danke. Ja, jetzt lebt noch, lebt noch. Lasst zurückgehen, lasst zurück und die Furnace Base legen. Nach dieser kleinen Aufwärmrunde wurde es aber langsam Zeit für unseren Raid, beziehungsweise für die Vorbereitung. Jetzt gingen wir zum Bagger. Das blieb ohne große Zwischenfälle. Nachdem wir den ganzen Sulfo verarbeitet hatten und Rockets gecraftet hatten, gingen wir rüber. Base markieren, MLS schießen, Raid Base bauen und Rainer. Ja, genau. Hey, Vorsicht. Wer springt immer raus? Wer springt immer raus und stirbt? Iwi, Iwi, Iwi. Let's go, let's go. Das ist eine geile Lücke, wo wir rein können. Ja, da, dazwischen. Das da? Ja, das da. Okay. Let's go. Perfekt. Vorsicht, Töts. Ah, ne, Töts, ist eine kaputt. Ich schau. Die erste Töts ist auch kaputt. Hier, hier, hier durch die Wand. Hier, durch die Wand. Warte, da links ist Töts. Ich mach das Töts kaputt. Vorsicht, ne, ich vor mich renn. Ja, ja. Pass auf, hinter uns ist so eine komische... Ja, das ist HQ. Ja, wir gehen durch HQ. Unten rein, unten rein. Ah, wir haben schon Garage-Tor. Ja, dann gehen wir da beim Garage-Tor rein. Oh, Digga. Ja, du... Alter, da auch krass, du Meister. So, Renz, komm mit hinter mir. Kannst du jetzt hier mal C4 reinhauen, dass wir hier durchkommen? Hat jemand Leitern? Hat jemand Leitern? Äh, in der... Ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Vorsicht, da war noch ein Turret. Da war noch ein Turret. Ja, das war links um die Wand. Boom. Hier muss ich leider einhaken, dass es ziemlich unglücklich für die Geradeten war. Wir checkten kurz, bevor wir zum MLRS-Schlag ausholten, ob die Jungs online sind. War markierend, beschossen sie uns sogar noch. In der Zwischenzeit sind sie anscheinend offgegangen. Allerdings machte die vorhin erwähnte Truppe von T15, die meinten, den Server zu kontrollieren, jetzt wirklich Auge. Okay, kann ich? Ja. Schauts? Außer. In den. Ich komme. Warte. Ja, oben rechts, oben rechts. Äh, 80, 80 am Hügel. Pass auf, der Spray dich gleich. Den habt ihr. Danke für die Bags. Warte, das ist ein Zwei, das ist ein Zwei, das ist ein Zwei. Ja, ich bin auch gespray, bin dead, bin full dead. Ich bin auch dead, ich bin dead. Toll? Ja, wir müssen, wir müssen die pushen, Freunde. Let's go, bevor sie abhauen. Er ist links, ne? Links, ja, oben. Ja. Hast du mich getreuen? Hast du er? Ich habe mich nicht getreuen. Der andere kommt von rechts an die Tür. Ich weiß nicht, ob es dein Freund vielleicht looted. Einer dead, einer dead, einer dead. Raus. Titi? Ich würde das da probieren. Drei Leute, drei Leute von hinten. Oh, von hinten. Drei Leute, drei Leute, drei Leute. Einer ist it. Bringen die Rockets rein wieder. Toxic, ich bin bei dir. Ich habe keine Wall zum Zielen. Ne, mir war ich. Vor dir an der Wall. Vor dir an der Wall, Toxic. Ja. Der ist low, der ist ganz low. Ich gehe, ich gehe evie picken, ich gehe evie picken. Er rennt zu mir, er rennt zu mir, er ist jetzt bei mir. Toxic. Zwei Leute bei mir. Der eine ist lockt nur. Gibt mich nicht zu, aber der Steinwoll ist. Trouble hit, has he dead? Risch nicht auf. Andere ist Steinwoll. Pass auf Steinwoll. Ich pick evie, ich pick evie, kriege ich zurück, riecht doch nicht raus. Richtig, der weiße. Einer dead. Ah, anderer hat einen, einer ist dead, einer ist dead. Ich geh schroren. Ich habe ihn double hit, double hit oder triple hit, keine Ahnung. Raus oder? Ja, du kannst glaube ich raus, andere Seite weiß ich nicht, was da abgeht. Wir müssen jetzt raus, sonst verkacken wir es. Ja. Jetzt raus oder so? Ja, raus, 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 raus. Es ist noch ein Kid da unten. Und der Wall. Bei dir rechts im Wald, ist da einer? Den habe ich getötet, glaube ich. Ne. Bibi, kannst du callen? Sieht auf mich? Ja, ja, kannst du callen? Nein, nein, nein. Und der Wall, und der Wall, und der Wall, und der Wall. Boah, ich bin dead, Digga. Und der Wall. Ich habe den, ich habe den Helden. Ich habe den. Ich habe ihn wieder. Hast du ein, äh, äh. Ich habe ihn in der Double Headshot, dead. Der hinter der Steinbauer. Hier ist noch einer vor mir. Ich muss vor. Ich muss mir mein Kid wiederholen. Warte. Wenn ich sage jetzt, dann schießt du auf mich. Hey, ey, 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 ich sehe ihn in dem grünen nicht. Ich bin dead, full dead. Einer ist hier bei mir? Ja, mit dem P5s. Da einer, rotiert links. Er hat mich. Rechts von euch im Wald, rechts von euch im Wald. Ich dachte, hier, aim rein. Habt ihr ihn im Wald? Einer ist noch links. Einer ist genau vor mir. Vor mir in den kleinen, bei den drei kleinen Bäumen. Bei den drei kleinen Bäumen. Ja, der ist noch, der ist noch. Der ist noch. Ich weiß nicht, ob ich den im Wald hatte. Lass du es gleich merken. Du gehst vor dir in den Wald. Vor dir geradeaus. Ja, ja, da liegt, da liegt einer. Okay. Hab ich, hab ich gefinisht? Hab ich hier. Dein Wald. Er ist dead, er ist dead, er ist dead, er ist dead. Halt doch dein Maul. Kann ich von der Seite sehen. Er kommt wieder. Ich höre, der ist hinter der Wall. Zwei Stück. Zwei Mann, ja. Warte, warte. Einer dead. Einer dead. Ja, nice. Einer gut hit, anderer gut hit. Hat auch zwei. Ist tot. Einer full dead, einer full dead. Ich geh looten, ich geh looten. Da müsste irgendwo noch ein Ding sein. Hast du vielleicht eine Spritze, die du mir geben kannst? Ja. Woll ich dir geben. Wie viel kostet ein Leiter? Wie viel kostet ein Leiter? Jawohl. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Trashy, trash, trash, without the roof. Oh, without the roof, you're simply trash. You're trash. You're nothing controlling. You're controlling. You're controlling your disc and you're controlling. I control my ass. Yo, we took so many fucking kids from you, bro. We took so many kids from you, bro. Shut up, you fucking mugs. Just because you got a great base in the spawn point. Yo, shut up. Shut up. Shut up. We've got AK-SWs, bro. Mhm, I don't know. He's got nothing to do. Legolas nennt man mich auch in my land. Wieder die... Bring nicht mal... Also, er hat alles Georgos, du den gesnackt. Oh! Oh. Later, bitch. Ich 6T eingestiegen. Tommy, tot. Jack Mato. Silence. Tot. Silence Ravey, tot. In bow, silence, tot. Silence, silence, holds für tot. So, schnell zur Base und dann abkwarten. Warum Base? Warum Base? Warum Base? Ja, weil hast du die NML-Schläge nicht, ne? Die haben euch C4 drauf. Die haben uns C4! Die haben was? Die haben da C4 rein. Die looten zwei Leute auf dem Scrappy, auf dem Scrappy. Einer dead? Drei Leute, drei Leute. Doublehead, doublehead, doublehead. Ich hab nur ne Sniper. Hab ich gesniped. Klapp! Klapp! Habt ihr alle? Ey, der Hesi, weiß ich ob der das ist. Nachdem wir unseren Loot aus dem Scrappy zurück hatten, gingen wir nach Hause. Wir waren eh overloaded. Waffen, Sulfur, alles spielte überhaupt keine Rolle mehr. Unsere Kisten waren rammell voll. Deswegen beendeten wir den Server. Und somit auch das Video. Wir versuchten zwar noch die andere Gruppe zu baiten, damit sie uns onlinen. Allerdings waren sie dazu anscheinend zur Feige. Sie kamen nachdem wir gelieft waren. Aber die Base war leer. Denn wir disporten unser Zeug. An der Stelle möchte ich mich verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und jetzt fast für ein Jahr Rust-Content. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Und euch die Scheiße jedes Mal gönnt. Vielen Dank für euren Support, für eure Likes, für eure Kommentare. Und hier auch wieder eine Abschlussfrage an euch. Wie fandet ihr die Truppe? Waren es zu viele Charaktere? Zu wenig Story? Zu wenig Progress? Der also im Video vorkommt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich sag Servus, bis zum nächsten Mal. Haut rein! Auf Wiedersehen!